yo leute was geht ich bin ich bin ja ich bin 23 jahre alt und das ist mein allererstes video auf youtube beziehungsweise nicht mein allererstes aber mein allererstes auf diesem kanal auf diesem account ja wo ich euch einfach ein bisschen mitnehmen will was das thema fashion angeht was das thema lifestyle angeht und ich werde jetzt gleich einfach noch mal ein paar fakten über mich erzählen so ungefähr round about zehn fakten und deswegen bleibt auf jeden fall dran freue mich auf jeden fall dass du hier bist und let's go kommen wir direkt zum ersten fakt ich komme aus der wunderschönen stadt dresden es kann also mal vorkommen dass ich ein bisschen sexisch rede dann tut es mir auf jeden fall leid wenn du da nichts verstehen tust aber ich will es auf jeden fall nicht verheimlichen aber es kann vielleicht sogar ganz witzig werden aber genau das auf jeden fall zu meinem ersten fakt kommen wir nun zum zweiten fakt und das ist relativ simpel ja ich liebe auf jeden fall streetwear ich liebe street fashion ich liebe alles und ich kann es einfach nur so sagen ich inspiriere mich auch sehr stark zum beispiel an den justin ja an den joshi wo man halt einfach mal schaut okay wie kann man zum beispiel mit ein paar pieces haben wirklich outfits einfach mal ganz coole kombination machen wo man sagt okay ich habe diesen wo die ich habe diese baggie jeans ich habe diesen sneaker ja und daraufhin einfach so ein geiles outfit zu bauen ich kann immer ganz kurz hier ein bild einblenden ja von 2020 und dann hier einmal von 2024 beziehungsweise von diesem jahr dass du einfach mal siehst okay wie hat sich mein style entwickelt und das ist auf jeden fall mein zweiter fakt kommen wir nun zum dritten fakt der ist relativ auch simpel gehalten ja ich spreche aktuell zwei sprachen nämlich deutsch und englisch früher noch ein bisschen französisch 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 ja dass man einfach sieht okay vielleicht kennst du es ja du hast in der schule gelernt und irgendwie hast du nie gebraucht und auf einmal hast du es komplett vergessen und jetzt ist aktuell so dass ich gerade russisch noch lerne und zukünftig noch japanisch und mein großes ziel ist auf jeden fall mindestens zehn sprachen zu lernen kommen wir nun zum vierten fakt der vierte fakt ist relativ ja ich glaube basic gehalten muss man schon sagen ja ich liebe auf jeden fall deutsch rap gerade ein gustiano werde sogar zum beispiel jetzt dieses jahr im februar leipzig auf jeden fall am start sein das heißt wenn du auch in leipzig am start das schreiben wir auf jeden fall auf instagram lass uns connecten vielleicht sieht man sich sogar schon nächste woche am 9.2 auf seiner seductive tour beziehungsweise auf seinen großen premiere und da bin ich auf jeden fall auch mit am start ansonsten halt noch einen karliebten ja natürlich auch ein riesi so ich bin so ja dieser deutsch rapper oder in der deutsch rap szene statt in der ich sag mal immer in der ami szene habe aber auch so ein paar amerikanische das auf jeden fall zum vierten fakt und kommen wir nun zum fünften der fünfte fakt ist ist er crazy beziehungsweise irgendwie so würde man das vielleicht nicht bei mir direkt erwarten ja ich bin ausgelernter informatiker das heißt ich habe eine ausbildung gemacht zum informatiker lebe oder ich arbeite genau noch in diesem beruf werde aber zukünftig auf jeden fall meine unabhängigkeit aufbauen ich will jetzt nicht sagen finanzielle unabhängigkeit aber ich möchte mir auf jeden fall was eigenes aufbauen ja noch nebenbei und ja das auf jeden fall zum fünften fakt und der sechste fakt ja hat sogar was mit dem sag mal mit dem davor zu tun was das thema unabhängigkeit angeht und zwar ich lerne zurzeit gerade das forex trading gleichzeitig aber auch noch mit kryptowährungen und gleichzeitig auch noch mit nfts lerne ich gerade ein skillset dort aufzubauen ja das ist aber absolut nicht das thema hier auf diesem account das ist einfach nur ein kleiner fakt von mir dass du einfach weißt okay ich glaube die meisten werden sowieso machen gerade in meinem alter so von 23 jahren fangen sowieso gerade alle an ein online business zu starten deswegen wenn du noch keins startest oder keins gestartet hast start auf jeden fall online business macht mega viel spaß und vielleicht werde ich dich da ab und zu mal ein bisschen mitnehmen kommen wir aber nun zum siebten fakt und der siebte fakt ist eigentlich auch relativ cool ja vielleicht fühlst du es ja ich will auf jeden fall mal nach tokio das ist zum beispiel für dieses jahr mein großes ziel gesetzt dass ich dieses jahr auf jeden fall nach tokio reise warum ich lieber einfach fast and furious vielleicht kennst du ja vielleicht kennst du auch den nissan skyline kommen auch gleich zum nächsten punkt aber ich liebe auf jeden fall diesen film und ich will unbedingt nach tokio warum ich wäre immer zudem einmal sushi dort essen gehen weil ich bestimmt denke dass es das geistes sushi der welt sein wird aber auch gleichzeitig ja einfach diese kulturen kennenzulernen ja wenn man sich ja die ganzen videos ansieht von tokio ja von japan allgemein ja das ist einfach geisteskrank und ich will unbedingt dahin ja das ist auf jeden fall mein großes ziel dieses jahr aber kommen wir direkt darauf hin zum achten tag und das ist mein traumwagen und mein traumwagen ist nicht so wie bei den vielen meisten sage ich mal so lamborghini ferrari bugatti sondern mein traumwagen ist eigentlich relativ ich sag mal simpel gehalten so aber vielleicht fühlen das ein paar von euch ist ein nissan skyline gta 34 midnight purple blue und ich sag mal so es ist einer meiner traumautos oder traumwagen wo man aber jetzt sagen kann bin ich euch ehrlich das ziel ist da ja aber wenn man sich aktuell diese preislage ansieht denkt man sich so ach du heilige das ist halt geisteskrank deswegen es wird auf jeden fall ein traum bleiben und der wird sich auf jeden fall erfüllen kommen wir direkt daraufhin noch zum neunten fakt ich liebe das kochen ja ich habe seit meinem vierzehnten lebensjahr habe ich angefangen zu kochen bin damals auf meine oma zu gekommen habe sie mal gefragt hey oma kannst du mir ein bisschen mal was zeigen und seitdem habe ich so eine richtige liebe sag ich mal darin gefunden ja auch gleichzeitig mit meiner mama ja immer wieder hingegangen und immer gefragt hey kannst du mir mal zeigen wie man dieses rezept macht und seitdem ich liebe es einfach extrem zu kochen ja und freue mich ja auf jeden fall irgendjemanden immer wieder zukünftig ein bisschen freude zu bereiten wenn ich den was gekocht habe kommen wir nun zum letzten fakt und dieser ist ein bisschen scary ja weil ich war damals oder ich war letztes jahr bin ich im januar nach in miami geflogen ja zusammen mit paar freunden und wir haben uns da alle zusammen so ein auto gemietet beziehungsweise haben uns alle sag ich mal ein auto gemietet und wir sind dann einmal nachts sag ich mal auf dem heimweg gewesen ich hatte da vier freunde im auto und ich war relativ müde ja also solltet man auf jeden fall nicht machen ja und bin dann einfach straight losgefahren und in miami müsst ihr euch halt vorstellen und musst du dir vorstellen wir sind halt so viele extrem viele lampen nachts an und ich habe dann einfach diese rote ampel übersehen und bin einfach straight über die straße gefahren und ja auf einmal kamen von rechts autos und ich habe damit vollgas sagen wir wirklich gas gegeben aber ja auf jeden fall sicherheit geht vor fahrt auf jeden fall nicht wenn ihr etwas müde seid das war auch sehr naiv von mir ja das waren auf jeden fall erst mal zehn fakten zu meiner persönlichkeit ja wenn du natürlich noch fragen hast schreibt mir einfach gerne auf instagram dann werde ich noch in den zukünftigen videos auf jeden fall noch ein paar mehr fakten über mich bringen beziehungsweise wie gesagt ihr noch ein bisschen was mitgeben ja in den nächsten paar videos ich werde euch auf jeden fall auch auf der luciano tour wenn wir da dann am 25 2 ist das wenn er dann halt hier in leipzig ist werde ich euch auf jeden fall auch mitnehmen und ja freue mich auf jeden fall lasst gerne einfach ein ab oder aktiviert auch gerne die glocke lasst auch gerne noch einen daumen nach oben und dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video let's go